So, guten Morgen zusammen. Ihr seht ja, die Punkte gehen immer weiter nach oben, aber es ist schon ein weiter Weg bis zu, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Punkten. Ich danke erstmal allen, die dauernd im Livestream dabei sind. Man merkt schon Mario Kart und generell der Stream an sich. Tiefenentspannter, lustiger. Dann ihr seht unten diesen kleinen Mario bei mir im Stream rumlaufen. Stream-Avatar ist jetzt auch da. Ihr könnt euch immer ein Avatar aussuchen, gegeneinander kämpfen. Schleuder, auch für Grüße gehen raus. Auch du wirst noch Battle Royale gewinnen. Die, die da waren, wissen, was ich meine. Also in dem Sinne, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, einfach auf Twitch gehen. Kart 86. In dem Sinne, bis gleich.